und schönes game also kann ich absolut empfehlen so herrschaft jetzt bisschen belastend weil damit spawn delay aber wenn wir so rein fliegen das ein bisschen bisschen nervig aber auch verkraft auch verkraftbar im app dürfen viele kennen weil die glaube ich mit in der beta war ganz deutlich das dach viele leute gekotzt haben weil er gekämmt wurde da muss man dazu sagen viele leute spielen halt jetzt einmal stellung spielt und dann halt mehr auf kehl den haben wir beide gleichzeitig geschossen fast ja also tot so jetzt seht ihr das das reinfliegen kann kein schuss getroffen also voll veräumt von mir schlecht diese action schade nur das ist sie schon gut gemacht jetzt los mit euch warten 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 dauert halt schon ein bisschen aber gedacht hätten guten punkt was er denn gegenseitig gekillt mit seiner hast du schon die rückenkontakt ich laufe hier halt auch normal rum so normalerweise ist ja jetzt schon wieder hier eine granate mit hat er gut gemacht glaube ich jetzt von der seite gelaufen da ist das dach da ist auf dem dach das soll wohl so abnerven alle zielobjekte eingenommen unsere drohne umkreist das gebiet feindliche drohne im einsatzgebiet feindlicher marschflug körpernachflug feindliche drohne im bau auf jeden Fall sonst ne fünf abschüsse aber irgendwie ein bisschen mehr vor aber wird schon stimmen ne der feind hat aerosol aufgestartet ach da war wieder auf dem dach wir bringen charlie ein bedrohungen im gebiet granate zielobjekt charlie gesichert zielobjekt bravo wird gesichert ihr habt die mission zur hälfte geschafft weiter so jetzt auf jeden fall einer schritte bravo gesichert das war auch einer oder feindliche drohne im einsatzgebiet da war einer auf dem dach den haben wir doch oh oh vorladung natürlich leute schon länger am suchten schade hat sie gerade der headshot oder shotgun ff ne er war headshot es war ein headshot engelsgleiche stimme mhm verbündeter marschlugkörper angesetzt zielobjekt alpha wird gesichert ach von oben hab ich natürlich gar nicht mehr dran gedacht jetzt wieder an dieses verdammte dach jetzt weiß ich warum die leute dazu aufgerichtet das ist ja clever gemacht clever gemacht ja auha und shotgun wieder ja ja egal feindliche drohne über uns feindliche drohne aktiv feindliche drohne aktiv feindsicher charlie was schluckt der typ denn da traf ich manchmal denn ey du bist drauf du schießt und die schlucken bis zum wir verlieren charlie oh 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 bravo ein charlie ist kompromittiert holt es zurück charlie wird gesichert wir haben feindliche drohne über uns der hat mir aber gerade erst den arsch gerettet der junge auf verämt bei bitte entschuldigt wenn ich jetzt noch nicht ganz so viel label Aber weil ich mich da... Och, ne, lauf doch schneller. Wo ist er? Ich mich hier schon ein bisschen konzentriere. Wenn man es gar nicht so sieht. Oh, ne, vorletzter. Titter. Verbündete Konterdrohne in Position. Die ist gar nicht gesichert. Okay, die ist ganz geil, die... Die das aufdeckt. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Oh, wir verlieren ja jetzt auch noch Tatsache. Verbündete Drohne online. War nochmal mega in Führung, ey. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Bravo wird gesichert. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Bravo gesichert. Beric. Ja, Beric geht doch ab hier. 1,20 Kills. Wisse, was haben wir? 8. Ich sag ja, Profi halt. Beric oder was? Ah, ne. Ich hab dann immer den anderen bekommen, ey. Bitter. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Na, weißt. Feindnimmt, wir halten alle Zielobjekte. Invertankt feindlicher Charlie. Du musst nachladen. Feindnimmt Charlie ein. Wechsel das Magazin. Er, bitte Ausklärungsüberflug. Wir verlieren Alpha. Ich lade nach. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Hinter uns. Immer. Es ist immer so, Alter. Es ist wirklich so krass. Es ist wirklich so krass, ey. Da seht ihr, komm mal hier. Der Typ, der Letzter ist, ne? Oh, wir haben noch gewonnen. Unfassbar. Aber guckt mal, ne? Der hat nicht eine Eroberung. Weil er irgendwie, keine Ahnung, halt voll Kills geil ist. Keine Ahnung. Ja. 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 Vielen Dank.